So, wie man sehen kann, jetzt haben wir heute Donnerstag, Samstag nach zwei Tagen bis zur Deutschen Meisterschaft. Form wird immer ein Tick besser, liegt daran natürlich das Wasser, sodass die Haut immer weiter minimiert wird, durch niedrige Insulinspiegel bzw. gar keinen mehr. Und entsprechend dessen ändert sich natürlich auch die Form weine dann jetzt natürlich auch entsprechend tief. So, kann man jetzt sehen, dass ich natürlich jetzt hier noch die ersten Querstreifen kommen und tiefer einsteigen. Morgen geht's weiter. Ich wünsche euch einen erfolgreichen Tag.